Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal POD Gemeinsam Wachsen. Was für ein Monat, der November ist nun vorbei. Es war eine Zitterpartie, ich weiß nicht wie es bei euch lief. Und es hat stark angefangen, hat sehr stark nachgelassen und jetzt hinten raus ist es nochmal wirklich recht gut abgegangen. Und in Summe bin ich sehr zufrieden. Schauen wir uns die Zahlen mal im Detail an. Los geht's nach dem Intro. Gut, als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal das Ganze in Pretty Merch an. Und zwar hier, der Anfang des Monats ist wirklich gut gewesen. Ich hatte hier mal einen Tag mit 8 Sales und ich habe mich schon auf einen wunderbar schönen November gefreut. Und leider hat es dann hier im Verlauf des Monats, im Monat, also man könnte sagen in der Monatsmitte, so ab dem, ja ab dem 5. oder ab dem 4. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Oder ab dem 5. Ja, da war der erste Null-Sale-Tag dabei. Doch stark nachgelassen und dann tröbbeln dann auch nur so ein, zwei Sales rein. Und ich war dann doch ziemlich enttäuscht und ein bisschen demotiviert. Vor allem auch, weil meine Werbekosten auch extrem angestiegen sind. Das werde ich euch nachher dann noch zeigen. Und hier zu Black Friday, der ja hier schon am Donnerstag, glaube ich, begonnen hat, ging es dann richtig los. Hier war es, glaube ich, der erste Tag. Und ich hatte hier dann drei Tage mit 5 Sales nacheinander. Auch kurz davor und kurz danach lief es noch relativ gut. Und ich war wirklich begeistert. Die Werbekosten haben sich dann auch dank der recht starken Tage dann nochmal relativiert. Schauen wir uns das nochmal an. Ich hatte in Summe 64 Sales. Einen, das ist mein erster Sale auf dem US-Markt im Übrigen. War ein deutsches Design, für die, die es interessiert. Dann das meiste natürlich auf dem deutschen Markt. Das waren 62 Sales. Und auf dem französischen Markt. Ich hatte im letzten Video, wo ich über meine explodierenden Werbekosten gesprochen hatte, ja, die Flagge mit Italien verwechselt. Ich habe von den Farben her das nicht so genau gesehen. Naja, wie dem auch sei, ich bin auch in Sachen Flaggen jetzt nicht gerade der Held. Und dann schauen wir uns mal weitere Statistiken an. Ich meine, macht jetzt noch wenig Sinn. Das waren 2% in US und 2% in Frankreich. Achso, 5 Returns hatte ich hier in Deutschland. Und so durchschnittlich circa 2 Sales pro Tag. Ich hatte 64 Sales minus 5, also in Summe waren es da 59 Netto-Sales. Mein Rekordtag, hatte ich euch vorhin schon gesagt, waren 8 oder war ein Tag mit 8 Sales. Gut, Rekord Returns ist jetzt noch nicht so interessant. Ja, ist vielleicht auch spannend. 34 Euro war mein Rekordtag diesen Monat. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann haben wir 45 einzelne Produkte, die sich verkauft haben. Das sind 2,9% aller meiner Produkte. Ich glaube, ich habe 1500 Produkte oder sowas online circa. Und hier sehen wir, dass das meiste ein Standard-T-Shirt war. Allerdings auch ein paar Hoodies. Waren jetzt in Summe 8 Stück. Für Männer wurde das meiste gekauft oder zumindest Männergröße. Es soll ja auch genügend Frauen geben, die Männergrößen oder Männerschnitte anziehen. Deswegen im Übrigen der Rat, selbst wenn ihr was nur für Frauen erstellt, macht immer auch oder hakt immer auch die Männerpassform an. Weil wie gesagt, es gibt eben genügend Frauen, die auch für sich Klamotten kaufen, aber dann den Männerschnitt einfach lieber mögen. Dann, gut, Unisex, das waren glaube ich die Hoodies. Kids habe ich zwei Sachen verkauft. Von den Farben her, klar, schwarz ist wieder vorne. Asphalt ist diesmal an zweiter Stelle. Normalerweise ist Nevi immer an zweiter Stelle. Ja, und die anderen Farben sind relativ irrelevant. Gab es halt mal ein Sale. So, von der Verteilung her, der Produkte ist glaube ich auch ganz spannend. Also das eine Produkt mit den meisten Sales hatte fünf. Waren T-Shirts, zwei für Männer, drei für Frauen. Dann hier, nächstes Design war drei. Drei, drei, also ich habe einiges mit drei Sales gehabt. Dann ein bisschen was auch mit zwei Sales und sehr, sehr viele First Sales. Das ist auch ganz spannend eigentlich, wenn man sich das so anschaut. Gut, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze mal im Jahresvergleich an. Jetzt haben wir hier den Jahresvergleich. Und wenn man sich das anschaut, ist es insgesamt schon eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also wir haben im Januar gestartet mit drei Sales auf dem deutschen Markt. Haben uns dann langsam gesteigert. Im Mai waren wir dann bei 13 Sales. Und im August, da hatte ich ja dann den Werbeaccount bekommen. Da lagen wir dann bei 27 Sales. Der September war bis dato dann der beste Monat mit 45 Sales. Der Oktober war herbe. Heute hatte ich nur 20 Sales, aber keine Ahnung, gab welche, bei denen es besser gelaufen. Bei mir lief es halt nicht so gut. Und jetzt der November, der toppt natürlich alles. Und wenn man sich das so im Gesamten betrachtet, denke ich mal, sind wir auf jeden Fall in einer richtig guten Richtung. Ich hoffe, dass der Dezember sich auch in dem Dreh bewegt, sogar vielleicht noch ein bisschen besser wird. Und ja, wir haben jetzt dieses Jahr in Summe 216 Produkte verkauft auf dem deutschen Markt. Plus eben das eine auf den USA-Markt und den einen auf dem französischen Markt. Insgesamt von der Verteilung, also im Schnitt liegen wir bei 20 Sales im Monat. Und insgesamt, wenn wir uns das mal anschauen, ja, ist das Standard-T-Shirt mit 94 Prozent. Auf jeden Fall noch auf Platz 1 der Pulli. Auf Platz 2 mit insgesamt 10 Produkten. Alle Produkten, wobei ich, ja, das eher so ein bisschen stiefmütterlich hochgeladen habe. Also ich mache es prinzipiell so, ich habe es schon öfters erwähnt. Alle Produkte, die sich bei mir, oder alle, ich lade erstmal alles nur als Standard-T-Shirt hoch. Und sobald der erste Sale da ist, lade ich dieses Design dann auf dem deutschen Markt weiter hoch. Und zwar auf allen anderen verfügbaren Produkten. Das habe ich jetzt nicht so regelmäßig gemacht, immer ein bisschen so stiefmütterlich. Jetzt gerade den Monat, also beziehungsweise November-Monat, da habe ich, glaube ich, noch einiges zum Hochladen. Aber wir stecken gerade so mitten im Umzugsstress. Da erzähle ich dann zum Schluss auch noch ein bisschen was dazu. Dann ungefähr, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte war für Männer Passform. Ein Drittel ungefähr war Frauen Passform, Unisex ein bisschen was und Kinder ein bisschen was. Und Farben, wie ihr seht, hier ist schwarz. Und dann an zweiter Stelle eben Nevi, Dark Heather und Olive. Das sind jetzt so die Farben, die bei mir am meisten gehen. Gut, wir könnten jetzt Asphalt noch mit reinnehmen. Alles andere spielt dann eher ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Dann so von der Verteilung her. Ich habe 18 Produkte oder ein Produkt 18 Mal verkauft. Das ist das, was ich bei mir am meisten verkauft habe. Daran sieht man schon, ich habe keinen echten Bestseller, sondern meine Produkte verkaufen sich im Großen und Ganzen relativ gleichmäßig. Das liegt aber auch daran, also zum einen liegt es daran, weil ich keine Eventsachen mache. Ich habe im Grunde genommen nur Evergreens, wobei es da schon auch saisonale Schwankungen gibt. Also ich habe ein Design, das hat sich letztes Jahr im Q4 recht gut verkauft. Dieses Jahr ja auch nicht schlecht. Ansonsten hier nochmal zwei, die sich 15 Mal verkauft haben. Und alles andere, wie man sieht, sollte man vielleicht da mal nach Sales sortieren. Dann ist aber es eine schönere Übersicht. Alles andere, wie man sieht, verkauft sich halt so immer wieder mal. Es sind einige Sachen, die sich immer wieder mal verkaufen, aber auch sehr viele Sachen, die sich erst einmal verkauft haben. Also das ist doch ein Riesenteil, der sich noch einmal verkauft hat. Dann schauen wir mal noch ganz kurz, bevor wir zu den Werbeausgaben kommen, wie es denn auf Spreadshirt gelaufen ist. Spreadshirt hatte ich letzten Monat ganz vergessen zu erwähnen, aber können wir uns auch gleich anschauen, warum das eigentlich gar keine Relevanz hat. Also bei Spreadshirt habe ich jetzt diesen Monat 19 Produkte verkauft. Spannend. Ich habe hier vorgestern ein Produkt, das war ein und dasselbe Produkt oder ein und dasselbe Design neunmal verkauft und zwar für unterschiedliche Produkte. Es waren immer zwei Pullis, zwei T-Shirts, zwei Tassen. Ja, also das war, keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig, aber mir ist es egal, es freut mich. Ich habe mich ausgelockt, so. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal aber im Monatsvergleich anschauen, dann sehen wir schon, warum das Spreadshirt für mich so ein bisschen, ja, an Relevanz verloren hat. Also wir hatten hier im Januar 5 Sales, im Februar 10, dann im März 5, im April 11, hier Mai und Juni. Das waren zwei starke Monate für mich. Das lag einfach daran, da hatte ich ein T-Shirt für Impfgegner. Das hat sich recht gut verkauft. Das hat sich dann bis im Juli verkauft, aber im Juli selber hat dann Spreadshirt diese Designs runtergenommen von mir mit der Mitteilung, dass die, ja, aufgrund der aktuellen Debatte hier, ja, was weiß ich, das halt nicht haben möchten. Impfbefürworter-Shirts möchten sie haben, Impfgegner-Shirts wollen sie nicht haben. Naja, dann sind auch die Sales bei mir relativ gut runtergegangen. Nein, September gerade mal drei Sales, das ist schon sehr bitter. Und Oktober 7, gut, ich fühle es auch nicht so gut, war aber allgemein kein guter Monat bei mir. Und hier im November waren wir jetzt bei 19, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns das mal im Vergleich angucken. Ich hatte letztes Jahr im August angefangen, keine Sales gehabt im September. Letztes Jahr lustigerweise mit, ich weiß nicht, wie viel Designsichter hatte, vielleicht 300, 400, ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich mehr Sales gemacht, als jetzt mit den über 1.000, 1.035 sind wir momentan. Denn Oktober hatte ich jetzt 7 Sales, letztes Jahr gar keine. Der November ist ein bisschen besser gelaufen auch. Hatte ich letztes Jahr 15 und dieses Jahr 19 Sales. Jetzt schauen wir mal, wie der Dezember lief. Der lief ja letztes Jahr ein bisschen schlechter als der November letztes Jahr. Gucken wir mal, ob sich das dieses Jahr dann ähnlich verhält. Das war bei Amazon im Übrigen ein bisschen anders, wenn wir uns das mal anschauen. Wenn wir von August 2020 bis November 2021 uns das Ganze anschauen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Gut aus? Nein, sieht nicht gut aus. Mach mal ab 1. August bis 30. November. So, da haben wir jetzt hier das Q4 von letztes Jahr. Beziehungsweise im September hatte ich eigentlich recht gute Sales. Das waren 16, dann hatte ich, achso, ja gut, das waren meine eigenen Sales. Oktober waren dann auch noch teilweise meine eigenen Sales. November hier hatten wir 9. Im Dezember hatten wir 17. Also da gab es auch nochmal eine deutliche Steigerung, fast doppelt so viel zum November. Wenn sich jetzt dieses Jahr genauso verhält wie letztes Jahr, dann wäre das natürlich genial. Dann wären wir wahrscheinlich so bei, was hatten wir jetzt, fast 60. Also wenn wir 100 Sales für den Dezember zusammenbringen würden, würde ich mich sehr freuen. Bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber das muss man mal sehen, wie das denn kommt. Gut, dann kommen wir mal zu den Werbeausgaben oder zur Werbestatistik. Ich habe in Summe 256 Euro Einnahmen an Royalities und 268 Euro Ausgaben. Ich muss dazu sagen, wer meine letzten Videos oder mein letztes Video nicht gesehen hat, ich habe meine Strategie ein bisschen geändert, beziehungsweise die Einstellung von meinen Kampagnen. Also ich habe grundsätzlich, um es nochmal zu wiederholen, mittlerweile pro Design eine Kampagne. Und ich hatte die ganzen Kampagnen umgestellt oder eingestellt auf Down-Only von der Bidding-Strategie. Habe dann allerdings so Mitte des Monats mir gedacht, Mitte November, dass ich lieber auf Up & Down gehen möchte, weil ich der Meinung war, dass es besser funktioniert. Es ist ja so, dass Amazon bei Up & Down automatisch bis zu 100%, also je nach Platzierung, mehr bietet. Und das machen sie halt dann, wenn sie davon ausgehen, dass die Conversion bei dem Kunden, dem die Anzeige angezeigt wird, deutlich besser ist. Dementsprechend bieten sie halt dann auch mehr, was ja letztendlich mehr oder ein höheres Verkaufspotenzial bedeutet oder bedeuten sollte. Und ich hatte, weil ich dann ja schon wusste, dass die Top-of-Search-Sachen 100% an Preiserhöhung gewinnen werden, habe ich mal pauschal alle meine Bids um 40% reduziert gehabt. Und sind dann trotzdem die Werbekosten extrem hochgegangen. Ich würde sagen, das schauen wir uns vielleicht auch mal direkt an. Das ist, denke ich mal, auch gar nicht unspannend. Also hier habe ich mir jetzt die Übersicht, die Ausgaben und die Bestellungen habe ich mir anzeigen lassen. Wir sind jetzt beim ACOS von in Summe 37,48%. Sind wir noch weit entfernt von Kostendeckend. Aber wie gesagt, ich hatte halt zwischendrin sehr hohe Ausgaben. In Summe 266 Euro laut AMS. Laut, ja sind es auch 268 Euro. Naja, wie dem auch sei, wichtig ist, was auf der Rechnung letztlich steht. Und wenn wir uns das mal anschauen, ich hatte so Ausgaben immer so, ja knapp um die 5 Euro. Wenn man das hier mal so schaut, so im Schnitt. Und hier ist dann auch relativ wenig gegangen. Dann hatte ich hier mal einen Tag, wo recht gut gegangen ist. Ja, recht gut ist jetzt relativ, aber zwei Bestellungen. Und irgendwie so hier um den 14.15. habe ich glaube umgestellt. Und dann sind meine Werbekosten echt explodiert. Auf 23 Euro hier teilweise pro Tag. Ich habe dann immer schön fleißig weiter die Kosten reduziert. beziehungsweise die Bitpreise reduziert. Das seht ihr hier auch. Da sind wir dann ein bisschen von den Kosten runtergekommen. So auf, ja im Schnitt sage ich mal 15 Euro. Ich habe dann nach und nach natürlich weiter reduziert, weil mir einfach diese Kosten zu hoch waren. Und wir sind ja dann letztlich so knapp bei 10 Euro ungefähr am Tag rausgekommen. Und ich versuche jetzt die Kosten auch noch ein bisschen weiter zu reduzieren. Ich möchte allerdings jetzt da nicht mehr allzu viel rumschrauben. Schauen wir uns doch mal im Vergleich auch die Impressionen an. Da sehen wir schon hier waren die meisten Ausgaben. Da hatte ich die natürlich klar höchsten Impressionen. Das waren 5.000 pro Tag. Im Schnitt hier, wenn man es mal schaut von den Ausgaben, sieht man schon, sind wir eben deutlich runtergekommen. Wir sind aber immer noch so bei zweieinhalb, knapp 3.000. Und ja, so im Schnitt über 2.000 Impressionen pro Tag. Bestellungen, das wir mal anschauen, sind eigentlich auch ganz gut. Man sieht vor allen Dingen auch, dass die Bestellungen nicht den Ausgaben folgen. Die Bestellungen nicht zwingend den Impressionen folgen. Und das war auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, gut, was bringen mir viele Impressionen, also durch hohe Bitpreise, wenn die Bestellungen nicht zwingend diesen Impressionen folgen. Ich meine, das muss man jetzt dann letztlich natürlich ein bisschen beobachten, wie sich das nach dem Q4 verhält. Weil das Q4 ist ja doch irgendwo immer ein bisschen eine Ausnahmesituation. Da ist die Kaufwilligkeit der Kunden ja deutlich erhöht. Aber das müssen wir einfacher mal sehen. Aber ihr seht hier schon, trotz weniger Ausgaben und da auch Impressionen, sind die Bestellungen, also die folgen jetzt hier in keinster Weise den Impressionen. Also das ist, vielleicht habe ich auch einfach noch ein bisschen zu wenig Daten, dass hier das wirklich eine gute Aussagekraft hat. Aber das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck bisher. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt hier mal nicht zu viele, zu hohe Bitpreise einstellen, um zu viele Kosten, zu hohe Kosten zu verursachen. Wenn wir uns mal schauen, ich habe hier meiste Geld jetzt für eine Sache ausgegeben. 16,24 Euro, das ist schon ziemlich heftig. Dann habe ich hier, das ist auch ganz interessant, das ist meine Lotteriekampagne. Habe ich ja auch schon ein paar Mal in Videos drüber gesprochen. Das ist noch ganz kurz für die, die es nicht wissen. Ich habe da sehr niedrige Bitpreise. Ich habe 8 Cent Bitpreis für alle Platzierungen und beziehungsweise für alle Matches. Und habe dann aber für Top of Search, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 150% eingestellt. Also ich hatte zwischenzeitlich mal 9 Cent Bitpreis und 200%. Auch so eine Sache ist mir dann erst hinterher aufgefallen. Das hätte ich mir aber vorher denken können, habe ich einfach nicht nachgedacht. Bin davon ausgegangen, 200% ist halt einfach der doppelte Preis. Also sprich, bei 8 Cent wären wir dann halt bei 16 Cent pro, also im schlimmsten Fall pro Impression. Aber dem ist natürlich nicht so, weil 200% heißt 200% obendrauf. Also das heißt 8 Cent plus das Doppelte von 8 Cent sind 16 Cent. Dann sind wir bei 3 mal 8 Cent, also 24 Cent, die ich maximal geboten habe. Und das war nicht so ganz im Sinne, wie ich es eigentlich geplant hatte. Ich war immer bei diesen 16 Cent, was ich geplant hatte. Dann ist mir auch ein bisschen der ACOS abgehauen bei dieser Lotteriekampagne. Also das war noch unter 20%, aber man hat schon gemerkt, dass er deutlich angestiegen ist. Und dann habe ich zum einen von 9 Cent auf 8 Cent die Bitpreise geändert und zusätzlich dann noch von, ich glaube 200%, wie ich letztlich war, dann auf 150 oder 120% runtergestellt. Ich weiß gar nicht mehr genau, können wir ja mal kurz reingucken. Dann sehen wir das gleich, ja 120% habe ich es jetzt runtergestellt. Und wenn man sieht, da liegen wir jetzt mit dem ACOS hier wieder sehr, sehr gut bei 9,15%. Also da ist sicherlich noch ein bisschen Potenzial nach oben. Aber wie gesagt, als ich das hier erhöht habe, habe ich doch festgestellt, dass das eigentlich die Werbekosten doch deutlich gesteigert hat. Allerdings die Sales nicht wirklich, also momentan lasse ich es jetzt mal bei diesen 120%. Vielleicht kann man aber noch ein bisschen hochgehen. Aber aktuell finde ich es so eigentlich ganz gut. Das passt schon soweit. Ja, ansonsten, was ist mein Fazit aus diesem November 2021? Ich hatte ja jetzt letztes Jahr bereits mein erstes Q4, aber da stand ich noch ganz am Anfang und war so völlig überfordert. Lief ja eigentlich relativ gut letztes Jahr auch. Aber ich habe mir da keine so großen Gedanken gemacht, war ja noch alles recht neu für mich. Dieses Jahr war allerdings die Erwartungshaltung sehr hoch, weil ich eben letztes Jahr noch im Kopf hatte, dass es richtig gut gelaufen ist. Und das war dann total spannend, weil dieses Jahr im November eben der Anfang ja sehr gut war. Also die ersten paar Tage liefen sehr gut und dann Mitte des Monats war ziemlich schlecht. Und gegen Ende des Monats, klar, mit Black Friday ging es dann wieder deutlich in die Höhe. Und schauen wir uns das nochmal an. Das ist wirklich spannend, wenn wir jetzt nämlich mal anschauen. Letztes Jahr, November vom 1. bis zum, habe ich jetzt 2020 ausgewählt, ja. Wenn wir uns das nochmal anschauen, da schauen wir uns jetzt einfach mal die anderen Märkte, schalten wir mal ab. So, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, täglich, da ist eigentlich ein relativ ähnliches Bild. Anfang des Monats war ziemlich gut, dann hatten wir Mitte des Monats war relativ schlecht. Und dann gegen Ende des Monats ist es wieder gestiegen. Und wenn ihr euch noch an das Bild erinnert von, ich mache euch vielleicht einen Screenshot hierher, wenn ihr euch an das Bild erinnert von letzten, von diesem Monat, von diesem November 2021, das ist es eigentlich relativ ähnlich. Am Anfang war gut, am Ende war gut und in der Mitte war schlecht. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, wie es letztes Jahr im Dezember war, ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Da war, ja gut, so Anfang des Monats ein bisschen, dann gegen Mitte des Monats ist auch nochmal deutlich was gegangen. Und klar, hier ab 17.12. war der letzte Tag vermutlich, ich weiß nicht mehr, wie letztes Jahr Heiligabend gefallen ist, aber es wird halt der letzte Tag gewesen sein, an dem es noch pünktlich angekommen ist zu Heiligabend. Schauen wir mal, wie sich jetzt dieses Jahr entwickelt. Heute ist der 1.12. Bisher habe ich noch keinen Sale, ich hatte heute früh schon einen Sale, der lief aber noch, weil es vor 9 Uhr war, auf den November. Mal schauen, wie es sich entwickelt, das wird vielleicht auch nochmal ganz spannend werden. Und ich werde euch dann im neuen Einnahmenvideo im Januar für den Monat Dezember dann auch nochmal das natürlich mitteilen. Ansonsten möchte ich noch ganz kurz was loswerden. Zum einen möchte ich mich für euren Support bedanken. Ihr habt mir total viel Mut gegeben und mir einfach, das war einfach toll mit euch zusammen dieses Jahr. Der YouTube-Kanal ist wirklich auch sehr schön gewachsen. Ich hatte ja innerhalb von drei Tagen direkt 100 Abonnenten, bin jetzt bei ein bisschen über 1000 Abonnenten. Und ihr kommentiert auch immer fleißig meine Videos. Das freut mich natürlich zum einen, weil es dem Algorithmus hilft, dass mein Kanal als relevant oder meine Videos als relevant eingestuft werden. Aber andererseits zeigt mir das natürlich auch, dass euch meine Inhalte gefallen. Mir ist schon klar, dass die letzten Wochen und Monate es ein bisschen inhaltlich weniger war. Das lag auch einfach daran, weil wir aufgrund der Wohnungssuche der Akuten ziemlich angespannt waren und keinen freien Kopf mehr hatten. Mittlerweile haben wir eine Wohnung. Es wird uns nach Baden-Württemberg verschlagen. Umzugstermin steht auch schon fest. Das Ganze werden wir mit einer Umzugsfirma machen. Gott sei Dank, das erste Mal, dass wir umziehen mit einer Umzugsfirma, bin ich ehrlich gesagt heidenfroh drum. Wir werden am Montag, den 20. Dezember umziehen. Das bedeutet für euch, dass aller Voraussicht nach, dass hier das letzte Video in diesem Jahr werden wird. Und von daher wünsche ich euch jetzt schon mal ein tolles und schönes, fröhliches Weihnachtsfest. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Macht euch mit dem Corona nicht verrückt. Passt natürlich auf, haltet schön Abstand. Aber ansonsten lasst euch die Laune nicht vermiesen. Muss ich auch dazu sagen, das hat mich dieses Jahr schon auch stark beeinträchtigt, das Thema. Weil ich eher zur Fraktion gehöre, die das alles ein bisschen kritisch betrachtet. Also ich bin jetzt kein Corona-Leugner oder sowas. Aber ich sehe halt das, was die Politik gemacht hat. Das war einfach in vielen Fällen planlos. Und naja, wie dem auch sei, ist ja egal. Das Thema, weil es halt ständig präsent ist, das hat uns schon stark getroffen. Und gerade mit Kindern ist es auch schwierig, mit Homeschooling und dauernd ist zu. Und ja, man kommt halt an dem Thema Corona nicht vorbei. Es war jetzt im Sommer dann Gott sei Dank recht angenehm. Da war dann nicht das Thema Corona Nummer eins, sondern dann ging es um die Bundestagswahl. Das fand ich auch ganz spannend. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch auch noch jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir uns, wie gesagt, voraussichtlich nicht mehr hören werden. Und ansonsten macht es gut. Ich wünsche euch noch einen super guten Dezember, ganz, ganz viele Sales. Und wir hören uns dann im nächsten Video im nächsten Jahr. Bis dahin, eine schöne Zeit euch allen. Bis dann. Vielen Dank.